Wenn sich ein Anker ganz tief auf dem Meeresboden befindet und da ganz ruhig und sicher da liegt, dann können an der Wasseroberfläche noch so hohe Wellen und noch so große Stürme wehen. Es ist ganz egal. Dieser Anker ist fest und sicher. Wenn dein Lebensanker in der Liebe Gottes verankert ist und die Liebe Gottes in deinem Leben tief sitzt und ruhig und sicher dein Leben trägt, dann ist es ganz egal, was für Wellen oben an der Wasserüberfläche hin und her schwappen, was für Stürme wehen. Es ist ganz egal, welche Angriffe und Zweifel und Anfeindungen und der ganze Hass. Es ist ganz egal, was da auf dich zukommt. Das ist alles an der Oberfläche. Die Liebe Gottes wird tief und sicher verankert sein in deinem Leben. Und nur deshalb kannst du andere unabhängig von den Stürmen und Wellen lieben. Ich begrüße dich ganz herzlich auch in diesem neuen Jahr im Jahr 2022. Ein neues Jahr bedeutet bei uns im Christusbund, dass wir auch einem neuen Jahresthema entgegenblicken. Und das bedeutet, dass wir ein Jahresthema durch dieses Jahr hindurch behandeln werden. Und jeden Monat, immer am letzten Sonntag im Monat in unseren Gottesdiensten, werden wir einen Aspekt dieses Themas anschauen, einen Bibeltext betrachten und da heraus dann schauen, wie passt das in das Ganze zusammen. Über diesem Jahr steht der Titel Wertvoll Leben. Und hinter dem Wert steckt mir noch ein E rein und dann heißt es Wertevoll Leben. Was ist das Ziel von dem Ganzen? Werte machen ein Leben sinnvoll. Und vor allem achten Werte die Würde des Menschen als Ebenbild Gottes. Und wir möchten uns dieses Jahr mit der Frucht des Heiligen Geistes im Leben eines Christen beschäftigen. Ausgehend aus der Bibelstelle aus Galater 5, Vers 22. Wir schauen uns diese christlichen Werte an, die aus einem Leben kommen, welches eng an und mit Jesus lebt und die der Heilige Geist in unserem Leben hervorbringt. Deswegen Wertevoll Leben. Wertvoll Leben. Was ist der Anlass? Durch den Wertewandel und den Pluralismus unserer heutigen Zeit, in der wir leben, werden immer häufiger christliche Werte, die wir aus der Bibel haben und die der Heilige Geist in uns bewirkt, belächelt. Wir werden von außen beobachtet und manche Leute schieben uns vielleicht zur Seite, belächeln uns, lachen uns aus oder beschimpfen uns, wenn wir diese Früchte, diese Frucht des Geistes ausleben. Weil es vielleicht nicht unbedingt in die jetzige Zeit passt. Vielleicht kommt es manchen altmodisch vor. Oder aber, und das werden wir nachher sehen, es streitet einfach zu sehr mit der Natur des Menschen in dieser Welt. Und das stellt den Christen vor großen Herausforderungen. Und deswegen möchten wir uns damit beschäftigen, um uns gegenseitig zu ermutigen. Und jetzt noch ein letztes. Wir hatten das Ziel, den Anlass und jetzt kommt die Chance. Die Chance ist, dass auch in dieser Welt dennoch manche christliche Werte hochgehalten werden, auch wenn sie sehr von Jesus getrennt werden. Werte wie Treue, Disziplin, Liebe, Geduld, Freude, all diese Dinge. Und deswegen kann es eine Chance sein, ein Zeugnis und ein Licht in dieser Welt, durch diese Werte zu sein, für Jesus, für Jesus selber. Auch wenn Menschen das, wie gesagt, gerne trennen. Dabei geht es nicht darum, dass wir diese Dinge leben wollen, um Jesus irgendwie noch mehr zu gefallen, damit er uns unbedingt rettet. Sondern diese Dinge kommen aus einem Leben heraus, das gerettet ist. Wir möchten uns heute mit dem ersten Aspekt beschäftigen, unserem ersten Thema in diesem Jahr. Und in diesem Thema geht es um die Liebe. Und dafür schauen wir uns den Text aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 3, die Verse 11 bis 18 an. Johannes, der so viel über die Liebe Gottes schreibt und wie diese Liebe Gottes zu der Liebe zusammenpasst, die wir an den Tag legen sollen. Und ich würde sagen, starten wir einfach mal und schauen uns gemeinsam den Text an. Und ich lese einfach mal ab Vers 11. In Vers 11 schreibt Johannes, denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Das ist die Botschaft, die ihr kennt, sagt Johannes. Und die Botschaft ist, lieb einander. Das ist sogar ein Befehl. Nochmal, wir werden gleich angucken, dass diese Liebe, dieser Befehl aus etwas kommt, das uns das erst ermöglicht. Und dann können wir gar nicht anders, als zu lieben. Schauen wir uns gleich Vers 12 hier weiter an, aber davor müssen wir uns ganz kurz etwas einprägen. Es gibt zwei Grundprinzipien des menschlichen Lebens. Es gibt den natürlichen Menschen, der von sich aus das Gute hasst, der von Gott nichts wissen möchte. Das ist der Mensch, der ohne Jesus lebt. Der natürliche Mensch. So wie der Mensch auf die Welt kommt. Das ist die Folge von der Erbsünde, von dem, was im Garten Eden damals passiert ist. Und dann gibt es den wiedergeborenen Mensch, in dem Gott lebt und der immer mehr das Gute liebt und das Böse ablehnt und hasst. Und jetzt ab Vers 12 wird uns ein Beispiel gebracht. Da benutzt Johannes ein Beispiel, eine Person aus der ganz frühen Geschichte, aus den ersten Kapiteln der Bibel, um zu zeigen, dass in ihm das Böse gewohnt hat und er deswegen was Böses getan hat. Schauen wir uns das an in Vers 12. Gerade eben haben wir gelesen, wir sollen einander lieben. Und jetzt schreibt Johannes, Nicht wie kein, der aus dem Bösen war und seinen Bruder erschlug, seinen Bruder Abel. Und warum erschlug er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Das heißt, aus diesen bösen Herzen heraus kam dieser Neid, dieser Zorn, von der wir in den ersten Kapiteln der Bibel lesen. Und da heraus kam dann der Mord. Daraus folgten Taten. Vers 13, da schreibt Johannes dann, Verwundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Also er meint, wenn du ein Christ bist, dann darfst du dich gar nicht wundern, wenn die Welt dich ablehnt. Warum? Weil jetzt das Gute und Böse zusammenkommen. Ein Mensch, der sich dagegenstellt und Jesus nicht hat oder vielleicht noch nicht hat, der wird sich dagegenstellen, der hat was dagegen, weil Licht und Finsternis aufeinanderprallen. Lesen wir direkt weiter in Vers 14 und 15. Wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind, denn wir lieben die Brüder. Wer den Bruder nicht liebt, der bleibt im Tod. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Johannes macht deutlich, dass aus diesem neuen Leben auch Liebe kommt. Das heißt nicht, dass ich das immer perfekt schaffe. Aber er sagt ganz klar, wenn ich ein neues Herz habe, dann kann ich meinen Bruder, sogar meinen eigenen Glaubensbruder und meine Glaubensschwester, Ich kann sie nicht hassen, denn Jesus hat mir die Liebe geschenkt. Und wir gucken uns gleich an, wie sich das gezeigt hat. Aber er macht deutlich, das eine gehört ganz eng zum anderen zusammen. Und das macht Christ sein aus. Und deswegen konnte Jesus auch mal sagen, genau daran werden sie euch erkennen, an der Liebe, die ihr untereinander habt. Und jetzt kommen wir zum Schlüsselvers. Als ich mich mit dem Text beschäftigt habe, war das für mich der Schlüsselvers in diesem Abschnitt. Und das ist Vers 16. Und in Vers 16 heißt es, daran haben wir die Liebe erkannt, dass er, und damit ist Jesus gemeint, sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Echte Liebe wird in der Bibel nicht mit Worten definiert, sondern mit einer Tat, mit einer Tat, die Jesus für uns vollbracht hat. Und wir werden gleich in Vers 18 lesen, dass Liebe umgesetzt werden muss. Es muss deutlich werden. Und genau das ist am Kreuz von Golgatha passiert. Das war eine willentliche Hingabe. Jesus hat sich entschieden, das zu zeigen, indem er für die Menschen gestorben ist, für die Schuld der Welt und den Zorn Gottes auf sich genommen hat. Und ganz spannend ist, dass für das Wort Leben hier das Wort Psyche steht, das griechische Wort Psyche, und das bedeutet auch Seele. Das heißt, es wäre noch zu kurz gegriffen, wenn man sagt, dass sich das nur auf das Kreuz bezieht. Nein, Jesus hat seine Seele für dich eingesetzt. Das heißt, er hat die göttliche Herrlichkeit verlassen und hat das nicht festgehalten. Er hat das hinter sich gelassen, um dieser Mission nachzugehen. Das kannst du zum Beispiel wunderbar in Philippa 2 nachlesen. Das heißt, dass Jesus sein Leben für dich und für mich hingegeben hat. Das ist nicht nur Karfreitag, das ist auch Weihnachten. Und deswegen will ich jetzt Kain und Jesus hier ein bisschen gegenüberstellen. Kain, von dem wir gerade gelesen haben, er nahm aus dem Hass heraus ein anderes Leben. Und was Jesus tut, ist genau das Gegenteil. Aus der Liebe heraus gab er sein eigenes Leben. Und das ist der Unterschied. Und von dieser Liebe lebt der Christ. Das ist die Grundlage. Und jetzt schauen wir uns noch Vers 17 und 18 an. Und jetzt wird es praktisch. Wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder Notleiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Und jetzt kommt es in Vers 18 zum Gipfel sozusagen. Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Das ist jetzt so wichtig. Hier steht nichts anderes, wie dass echte Liebe eben nicht nur in den Worten deutlich werden soll. Das darf und soll in den Worten deutlich werden. Denn dann das, wovon das Herz voll ist, da geht der Mund über. Aber es muss zusammenpassen. Es muss zusammenpassen mit den Taten. Gott sagt es mal in Jesaja 29, da sagt er, dieses Volk ehrt mich mit ihren Lippen, aber eigentlich sind sie innerlich so weit weg von mir. Denn das, was sie tun, passt nicht zu der Ehre, die sie mir mit ihren Worten geben. Und genau das soll nicht passieren. Wenn wir uns dann dieses Jahr mit dieser Frucht des Heiligen Geistes beschäftigen und was aus diesem Leben herauskommt, das, was uns in Galater 5, Vers 22 beschrieben wird, dann merken wir, sind das ganz verschiedene Dinge, das sind Dinge wie Freude, Geduld, Güte, Treue, Frieden und Freundlichkeit. Aber all diese Dinge brauchen den richtigen Rahmen. Ihr könnt sie hier in der Mitte lesen. Aber der Rahmen für diese Dinge, der Rahmen ist die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes, die das möglich macht. Sie hält auch diese Früchte zusammen. Das, was da herauskommt. Und deswegen wird die Liebe in Galater 5 als erstes erwähnt. Die Liebe Gottes, die er in Jesus Christus deutlich gemacht hat, durch seine Menschwerdung, durch sein Leben und sein Sterben und durch die Auferstehung. Das ist die Grundvoraussetzung für all diese Dinge. Liebe ist der richtige Rahmen für diese Dinge. Und deswegen ist die Liebe Gottes die Voraussetzung, das Grundprinzip des christlichen Lebens und eben auch die Voraussetzung für ein wertvolles, wertvolles Leben. Gerne möchte ich an dieser Stelle auch noch auf unser letztes Video verweisen aus dem Dezember letzten Jahres, aus unseren Dezember-Gedanken. Auch da ging es ganz praktisch um die Liebe und was es bedeutet, den Nächsten zu lieben. Schau da gerne mal rein. An der Stelle jetzt wünsche ich dir noch eine richtig gute Woche. Ich wünsche dir einen tollen Gottesdienst und hoffe und bete darum, dass dieses Thema, dieser Bibeltext dir in dem Gottesdienst nochmal richtig aufgehen darf und du erkennen darfst, was es bedeutet, dass Gott uns liebt und das uns Jesus gezeigt hat und was es dann aber auch praktisch bedeutet, diese Liebe weiterzugeben und was das mit einem wertvollen Leben zu tun hat. Gott mit dir und hoffentlich bis bald. Ciao.